Wow! Über YouTube und Facebook habt ihr unsere Videos interessiert, geschaut und fleißig geteilt. Wir haben schon über 1000 Abonnenten und Follower. Dafür möchten wir Danke sagen. Insgesamt acht Videos haben wir bis jetzt veröffentlicht. Vier davon Informationsvideos für Eltern und vier für Kinder. Alle Videos sind barrierefrei, mit Gebärdensprache, Untertiteln und Lautsprache. Jetzt pausieren wir mit den Videos und kümmern uns um die weitere Finanzierung des Projektes. Habt ihr auch Interesse, unser Projekt zu unterstützen? Nähere Informationen dazu kommen in Kürze. Außerdem kommt bald noch ein Making-of, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie unser Team arbeitet, von der Themenwahl über Diskussionen zum Dreh und dem Schnitt. Wir wollen euch zeigen, wie die Videos entstanden sind. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch alle. Bis bald und nicht vergessen, weiter zuschauen und uns folgen. Bis bald. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.